Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin fünf! Du musst glaubt, glaube Lust, du musst glaubt! Alles hervorragend! Heute Nummer Eins! Wir sind dabei, in der Allgemeinen, aufs Leben. Wenn wir uns hierher gehen, wenn wir uns hierher gehen, dann können wir uns nicht alles verhofft. Gehen wem? Gehen wem? Bayern! Wunderbar! Herzlich Willkommen beim Grüne Uragel! 5.3.2011 Wir sind mitten am Stadion von der AWD Arena und das Grüne Uragel wurde installiert von Joel Norman Das ist richtig, ne? Ja Und hier wird nun gespielt gleich wie Hannover 96 gewinnen wird Entweder 3 zu 0 oder 4 zu 0 oder 5 zu 0 Ist egal, hauptsache Hannover 96 gewinnen Herzlich Willkommen zum offiziellen Grüne Uragel Anrufe 96 gegen Bayern München oder anderem Wir freuen uns, dass Jannis und Malte aus München extra heute mit dem Zufall hergekommen sind Und auf der anderen Seite, euch habt eure Namen vergessen Noah und Julia Herzlich Willkommen Und ihr wisst, dass es jetzt hier auf vieles geht Also, ihr werdet voraussagen, wie das Spielverlauf nachher auf Stadion Das Spiel dauert zweimal 4,5 Minuten mit 1,5 Minuten Kaufen Und jetzt geht es gleich Und wir sind sehr gespannt Möge eine bessere Hannover 96-Fan gewinnen Aber wir sind natürlich auch für München Also ihr habt es schwer, ihr seid in Hannover Extra aus München angereist Und jetzt geht es los Und ich habe auch gelbe Karten mit und rote Karten Also strengt euch an 4,5 Minuten Ab jetzt So, da sind wir schon Die Schwarzen sind die Bayern Die Blauen sind Hannover Rader Denn Hannover liegt an der Leine Und das ist die blaue Farbe des Pluses Und die erste Chance, Julia hat gehalten Wunderbar Jetzt muss der Ball weg Und es darf angefeiert werden Hannover Hannover 1-0 1-0 das erste Tör Dein Gescheid Für Hannover 96 Nur noch neun Nur noch neun Wir schaffen das Und Zweiter Zweiter Anstoß Und Eine gefährliche Torchance Hierzu Nur noch abgelehnt von Malke Malke schieß Malke schieß Malke schieß noch einmal Ungefährliche Chance auf das Tor Das Tor Orakel Und gefährlich Und Tor 2-0 Leider auf die Ferse Und kein Ball mehr Dann machen wir das mit dem Hüftball heute Hügel Orakel Janis Hat den Kosten gehalten Und nach vorne geschossen Sehr schön Sehr schön Wunderbar Leider nach vorne Klasse Klasse Spiel 2-1 2 Tore Hannover 96 Ein Tor Für Bayern München Und dann haben wir noch einen Ball irgendwo Wunderbar Wir verlängern ein bisschen Es geht los Und Angriff Das Publikum Das Publikum rastet aus Hier Hinten in Hannover Die Arena Die Arena ist gefehlt Wo sind die Hannover Direktur Die Hinten in Hannover 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 Und das wird sich fast die zwei an vergessen So, guten Appetit 96 Okay Und Als Niemand was gegeben hat Den Snow Remover Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020